Jetzt ist das scheiß Schiff auch noch vorbei. Das ist ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Wir haben gehört, dass das Schiff hier gerammt wurde und sind jetzt nach Stader Sand gekommen. Wir kommen aus Stade und wollten gucken, ob das wirklich so ist. Wir konnten es gar nicht glauben. Jetzt liegt das wunderschöne Schiff hier. Unglaublich. Untertitelung des ZDF, 2020